m ich bin mit ihm aufhören er hat schon sehr auf der Ereignisse erinnert auch mann ja jetzt bin ich schon wieder in uns zu ändern das ist ja ehrlich was Prozent ich hab dir von soviel ist noch mal geschrieben auch nicht wo er steht und sagt es geschieht aber ich habe es vergessen danke vielleicht hinter mir her Entschuldigung er tut ich will ich immer nicht das Prozent vergessen ich dachte eigentlich das wer ein Jahrhundert auch kurz ist es gewesen der Nacht war er war und dann war mit das was er noch nicht vergessen damit die nicht gemacht die die Neu war er am Boden der Tatsachen gesungen richtig kommt Neu und der Tatsachen gesunken ich bin an den Boden der Tatsachen das war wir haben das ich habe mit der Fikardik es hat sich mit Prozesse auch ein Mann schießen in der Nähe der Mannschaft ich werde ich bin kurz vorhanden Prozent 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 dann hinter dir da drüben anzunehmen wird das kann ja auch der Unterhaltung an die man das so wie geschossen du hast gerade auch nicht geschehen einmal geschossen und in der Zeit war geschossen ich will dass ich nicht nur ein paar Bilder hast du auch viel das zweite Mal geschossen ja auch nicht nur ab dem Ende das ist ein Mal wie geschossen in der Zweck also ich habe ich bin dass die ganze Zeit auf Kreuze ich habe gerade auch die uns nach vorne ausgegeben stimmst du wirst schon die euch die Bayern hinten da war aber auch hinter hinterlegt und er hat hinter mir haben bewegt mich wieder schon einmal schön sie hat auch sehen wurde so oder habe ich was das ist die Leiter bei die Gefühle zwei Schüsse erst einmal in der Saison wir sind nach unten davon ist Luca Demo fast totes BD-Wall wird ja aber ich habe ich habe ich habe mich auch mal auf Prozent der Schärme schossen hat und er wurde noch mal auf ihn geschossen Nein er hat mich halt auf den Fuß geschossen ja ja und ich bin auch auf den Schuss gesehen weil ich bin nur um die Ecke gekommen und war auch immer noch schaden gemacht aber irgendwer hat ihn noch mal geschossen okay cool das war es auch nicht da braucht es auch ein bisschen weiterentwickelt Jule ist jetzt ein begründeter Grund ihn zu killen ich weiß ja nicht was wirklich war es hätte auch von einer anderen Richtung sein denn ich hab's gesehen und es hätte ja jemand anderes sein ich hab nur gesehen dass es schon mal Schaden bekommen es einmal von mir aber von jemand anders ich glaube es haben ich habe auch das Mist aber in der Türkei der Fertigene die hat gutwillig Prozent an der Schattenkarte geliebt und der Kieler ich auch ein Test also er hat gemütet aber er hat sich wie immer er hat er wird war auf was ich nicht sagen aber das war es bei der Entfernung der Entschuldigung so Morgens diese Sondes und ich schüttel auch ab und ab und ab und ab richtig schlechte und das ist nicht so leicht im Pool als immer wenn Tarka ein Hallo sagt, stirbt er hat weder oder tötet jemanden also immer wenn Tarka ein Hallo sagt er muss mir hin und hallo, tötet Tarka an! Töte Tarka an! Töte Tarka an! Okay wenn ich ihn erinnere mich, sag ich auch. Body Hashtag 13 mautage Da piept was Er ist auf Boot schießen Ja, ich sehe das Zeichen des Tarka an Cool Piep 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 noop Gut, dass wir uns einig sind Piep 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 noop Boah, Alter sind die gute Waffen, Alter Ist ja richtig krasse Auswahl Also ganz ehrlich, mit Waffen würde man... Waffen war würde ich noch mal bitte ein bisschen... Ne, ich finde ihn eigentlich auch von den Waffen gar nicht so schlimm Aber es gibt ja noch mehr Waffenspots Aber trotzdem Ich dachte grad, die Wahl zwischen der Farmhaus und der Raft würde ich in die Leife Vielleicht fehlt noch die Kenntnis, dass ich die Waffenspots kenne wahrscheinlich Es gibt ein paar mehr Waffenspots Es gibt unten Und im Killer gibt's noch einen Der ist Mauerhof Oben auf dem Dach ist doch was Es gibt ein paar Warum ist jetzt Fälle genau hier bei uns im Channel Äh, weil er vielleicht TTT mitspielt So wär so ne Möglichkeit Entschuldigung, was... Ist das jetzt so ne Vermutung? Darf... Okay Ich bin bei Luca Ich bin bei Luca Ich sag jetzt Luca Ähm... Aber der Dete und ich denke, er hat mich getötet Luca steht grad auf Kai herum Ja, ich musste grad Atri schreiben Atri hat grad gefragt, ob's so lange gedauert hat zum Downloaden Was geht... Der Map hier irgendwie... Keine Ahnung... Bei ihm dauert's... Dauerts irgendwie... Bei mir hat's auch so lange gedauert Ich hab die dann über Steam runtergeladen Hä? Wenn die einfach recht lange dauert zum Downloaden Dann muss er einfach noch mal neu starten Oh ne Schuss, komm Schon zum zweiten Mal online Muss er über Steam runterladen Hallo Hallo Was kann man hier machen? So ein Spiel, da musst du dann irgendwie... Das weiss gerne auch Ja, da... Da geht der Boden weg Und du... Wenn du gewonnen hast, kriegst du dann Messer Dann kannst du... Hörn 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 Ich glaub der ist tot Ja Also Luca ist ein Messer Ich weiß ja nicht, entweder hat er vergessen was du sagen wolle Tod ist tot Luca ist ein Messer Wer ist da drin noch? Wer ist denn in diesem Spiel drin noch? Ah, wenn auch tot ist Keine Ahnung Was ist da alles drin? Taken und Lucas sind tot, weil die beim Spiel versagt haben Ja Echt jetzt? Ja Wir haben das zusammengespielt Ja Noch mehr? Oh ne Okay, okay Man, der drüben hätte gewonnen Wenn der jemand stehen würde Wenn der jemand gestanden hätte, hätte der jemand gewonnen Äh, ich denke ja, Jesus Gut, dass wir drüber geredet haben Das war creepy Du weißt schon, dass ich dich gesehen habe Gute Gott, Alter Ich hab grad nen Herzinfarkt bekommen, wer auch immer du bist Hörn Du bist fortet Oh, vermiss dich, Alter Oh, wer Du weißt nicht, dass Pip Nubiyoshi ist? Okay Oh, Twitter gekillt Dankeschön, dankeschön Ja Das ist nicht, Alter Das ist nicht, Alter Der noch zwei Oh, okay Das ist nur zu wissen Das ist nur Schätze Gute Nein 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 Ach, ich wollte Herrn reden Ich wollte meine Identität weg Ich hab dir grad die Liste angeschaut von den ganzen Spielern So, ich würde grad die Liste angeschaut von den ganzen Spielern Sorry, ich wollte grad die Liste wegnehmen, damit er nicht mehr auf mich schießtbung, das war so dumm wir haben hat er und er wollte die Topfpflanze dringend mit er hat sich gesagt wird er hat die Reaktion er wird gewinnen kann er hat ja auch schon wieder Schwerde zu sagen ich bin schön gesteckt er hat schlecht aber er hat gewonnen anstatt den Scheiß Tatjag zu geben Petschock ich habe gesagt die Genius da aber da kann es jetzt also aufgarten dürfen nein er hat gesagt das ist noch ja und wir tüten keine aufgarten und was ist wenn ich jetzt später ist die andere nicht zu retten das scheint egal die türiere der weltweite es aber es hat sich und hier neben er wird es aber natürlich tötet das klappen wo ist es da kann wo ist abgang bitte die er in die Kirche Gertreiber der Schild war hier steht an bei diesen vor dem Beinkeller ich glaube er schießt er ja sie hier ist ein Schildschirm an ich habe ganz schweig angehört hat ja ich glaube wenn du was das ist eingeguckt das hast du ja ja ich weiß trotzdem glaube ich dass du es bist damit bin ich hatte er hätte sie nicht gebraucht wird er bisher wichtig über die Punkte haben wo ist Prozent der Anruf zu tun dass man mehr an wo ich bin ja bei der anderen die in der Welt ist schon oft die ich bin bei der Welt wer hat sich identifiziert Jochim ist und du hast reingeguckt ich hätte sich eingeguckt Luca hat ein Jahr geplanten aller ich habe mich in der Nähe von der Leiche es sind ihr das ist wirklich ungebracht hast auf den Punkte oder hat jemand auch Ok, ich hab doch reingeguckt, ne, hä? Wo waren die Leiche? Ne, aber wo waren die Leiche? Nochmal, ich hab da nicht reingeguckt, nur so zur Info. Ich hab da nicht reingeguckt in die Waffe. In die Waffe? Da war ein Tarkan der Waffe. In die Waffe. Ja, okay, war nicht bei ihm Tarkan reingeguckt. Du hättest jetzt zuschwimmen können, dass du reingeguckt hast, dann wärst du jetzt prüfen. Ja, und keiner, dann hätte es ihm jemanden geglaubt. Du hättest ihm jemanden geglaubt. Du hättest ihm jemanden geglaubt. Luca hat auch reingeguckt, oder nicht? Ich hab gesagt, Julian hat reingeguckt, weil ich dachte, dass Julian da gewesen wäre. Ich wollte aber nicht. Luca, versuche es nicht. Julian! Luca hat gerade versucht, Julian abzuschießen. Ne, das wär erstens Yoshi, und zweitens... Ja, da hinten war Yoshi, ich hab gedacht, das wäre Julian. Hätt ich ihn auch getroffen, wenn ich wollte. Weil ich hab nicht mal geschossen, Julian hätte ich schon geschossen. Juuu! Ich würde deine P90 nicht verpfeffern. Du hättest auch... Es gibt Bruni für die P90. Äh, äh... Oder nicht? Warum haben wir Tarkan bei Tod nicht als Tread angezeigt? Ja, bei mir auch nicht, das ist ein Witz. Warte mal, ich schau noch mal rein. Ne, der wird einfach nicht als rot angezeigt. Witte bei mir auch nicht. Witte bei mir auch nicht. Bei Kalm anscheinend. Die letzte Person, die wo Tarkan sah, war... Julian. Ich? Der war dort, ich sag's doch! Hä? Julian war bei Tarkan... Using your detectives... Ich bin aber zwar kein Detective... Julian... ...Denfalls the last person... Wo hast ihn denn getötet? Mr. Gamer, Mr. Gamer, Mr. Gamer! Verdammt! Wo hast ihn denn getötet? Am Weinkeller! Da war ich nicht! Jetzt wieder rot angezeigt! Ich war draußen! Ich war die ganze Zeit oben in die ganze Runde! Tarkan hat dich zuletzt gesehen! Kann ja nicht sein! Alter ist die OP! Oho, g90! Ich habe ja nie wieder gelingt, ich habe ja nie genommen! Nicht! Ich bin hier OP. Alter dieser ultra-krasse OP! Ich habe ja auch die Lieblingspiele... Ja, die Farmer von wo nie die Farmer von wo nie einfach... Krass, das ist echt richtig. Vor allem die Scope, das ist richtig krass! Wusw man gar nicht, dass sie so uns behaupten. Ja, die hatten die höheren AGs. Also hatten es dafür, dass hab ich gerade gesehen. aber es wusste ich nicht da ist eine Autosneiper cool Tomas als hätte ich keiner ich hab die Gauzio einer Autosneiper ich hab sie lang gerade in den Nacken geschossen Joll die Tälte ohne Frau Barsch oh 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 heute hab ich keine Monatel äh es ist richtig 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 gestorben ja weil du ja was du bist du denn da noch drin ich hab ja schon getötet guck doch oben rechts ich leb noch ich hab einfach getötet weil Tarka mein scheiß Kollege so wo ist Tarka an äh er ist warte Luca ich los dich Julian wo hast du hingelegt ja gut danke warte Julian komm mal hoch wo du gekillt hast wo rechts Julian rechts rechts und dann links ja und dann links und dann wieder rechts Julian da wo du warst oben fix PC Neustart Gary's Mod ist fucked up sagt Ari zu mir übrigens nutze Info für euch yay da kommt ja wenn er wenn er TTT mitspielt was nützt es ey wenn er eh gemuted ist ehrlich gesagt bald entmütet er ja fliegt er in der Luft der Gamer mit ner Jump Gun Aua da ist Feuer die Jump Gun davon ich glaub du kennst die Regeln noch nicht ganz oder kennst du die Regeln Hallo ich kenn die von anderen Servers vielleicht ja ne auf viel Fall halt kein random kill also auf Fässer darf geschossen werden wenn jemand daneben schießt ja ich versteh dich ganz gut gerade auf Fässer darf geschossen wenn jemand daneben steht wenn jemand daneben steht darf auch auf Fässer schießen aber man muss halt anders sein kann man denken aber so Jump Guns dürften benutzt werden aber nicht in der Luft die ganze Zeit schweben und man darf nicht auf Gebäude oder Platz drauf wo andere Leute nicht hinkommen außer mit der Jump Gun und wenn jemand einen Doppelgänger benutzt und du bist tot dann musst du für ihn reden so als ob du so als ob du doch leben würdest ja aber jetzt nicht so mit anfangen sooo also ich war grad tot ich war grad tot und jetzt hat jemand einen Doppelgänger benutzt oder wie andere so mit Hallo weißt du so dann schreit der so genau dann schreit der so ich bin tot ich bin tot ich lebe noch ja ich lache ich 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 User Join Your Channel User Join Your Channel User Join Your Channel Janelle 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 will jetzt irgendjemanden Storm LOL hab ich mir doch gedacht dass er jetzt tot ist äh Luca wurde abgestattet von Yoshi Yoshi was schieß doch besser noch unten du hast Gott ich hab doch noch fast geschaffen okay geh mal geh mal geh mal du hast keinen Punkt mehr ne Scheiß nein wer lebt denn jetzt alles noch äh oh wer schießt auf mich das hab ich gesehen Yoshi oh fuck Yoshi holt die Yoshi ist alles immer noch haha fuck off Dude ich habe den du bleibst dir da unten bleibst du da unten NAAAHH ey weg dann du ey n wirkscheiter warum hast du denn jetzt getötet keine Ahnung was ist versehen ja dann werde ich dich auch gleich aus Versehen töten war so ein Bauchgefühl ja 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 ich wirst du vor ein Aasch die alle und dann sagt er dann lügt nie und schieß ihn ab und Junior, schieß ihn ab nein ich bin lieb jaja natürlich war er Traitor gut gemacht Alter Yoshi ich hab nicht genau, ich hab dich geholfen, ich hab Luca geholfen das war so klar weißt du ich hab so gesehen du hast dich so perfekt gleichmäßig gesehen und dann bin ich am Anfang ja, ist mir auch aufgefallen wisst ihr, Gamer stand neben mir und hat mich jeden Headshotten sehen ich merk so, ich merk so, oh du gehst ziemlich gleichmäßig aber Yoshi kann eigentlich nicht so gut mir, dass er aber bumm tot